Ich erinnere mich an die sonderbar leichten Tage der Euphorie. Alles wird anders sein. Damals dachte kaum einer an den Untergang. Es schien uns als stünde etwas bevor. Etwas von uns zu erfinden ist. Wir wussten nicht, dass das Fest längst zu Ende und alles übrig eine Sache war für die Abteilungsleiter der Weltbank und die Genossen der Staatssicherheit. Es ist eine schöne Nacht. Der Aufprall war federleicht. Mit zuen Augen liegen wir in unseren Deckstühlen da. Das Wasser an unseren Knöcheln gletscht leise. Was fangen wir nun, da wir sie haben, mit unserer Ruhe an? Wir sind übrig. Wir atmen. Ein Zufall. Irgendein Zufall hat uns hierher verschlagen.